Hey ho let's go Mahlzeit Leute und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Lev4Dead2 und mit dabei ist der Fili. Hi Leute, moin, servus. Und der Gibi ist am Start. Moin. Ja, Rochelle ist auch dabei, die gute KI-Retterin, die schon öfters mal den Arsch gerettet hat. Geht da schon wieder crazy los hier. Ja. Ja, schön reinballern. Auf jeden. Treppe hoch. Jo. Bist schon enthinkt, glaub ich. Jo. Meine Güte. Wer ist hier? Wer ist da? Wer ist da? Weiter. Weiter. Jockey. Alter, wo fett der dich hin? Ich weiß es nicht. Kommen wir von überall So einmal runter So mal kommst du Achtung Lade nach Ich lade nach Aufpassen Lade nach 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 Hinter der Dome H note Die sind überall Die sind schon wieder haben wir ja 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 wieder hoch da hinten ist er mit schnitt mit mir dummige deckung weiter geht's durch alter wir haben nicht so fleisch ich muss mich langsam mal heilen ja hier durchkommt muss heilen jetzt geht's gut wenn du hier was aufhebst das wieder von dem uni jeder war nicht das hat mich gerade auf das ich habe gerade aufgehoben da geht es lang das ist ein random weg das ist jetzt anders als vorhin ja vielleicht liegt da noch hier liegt der pump und trefft und trefft und die tion am ort und dann geht los jetzt schnell so hohe hoch weiterlaufen weiterlaufen nach woche woche alles am stadt Tautau King Warum ist der Darm? Haben wir Danke Die Dings ist zurückgeblieben Egal Gibt's auch nicht, wie viele sind das Hier rein Lade nach Phil, komm rein Ja, ich hab die ganze Zeit geslowt von Zombies Hier sind Waffen Munition Hier ist Schleim Ah, hier ein Spuker Ah, hier ein Spuker Ja, hopp Hat die mal ein Midi-Pack? Nein, wir haben Rochelle zurückgelassen Ich habe gar nichts weiter zum Heilen Nope Rochelle stirbt Die ist schon tot, oder? Nee, ist gleich Die müssen wir wieder befreien, jetzt So, weiter geht's Hier runter Hunter Danke Kein Problem Kann das sein, dass ich am meisten Leben hab von uns? Ja Ja Wollen wir zu warten? Moni So schade Oh mein Gott, siehst du an Das ist schön zurückgelassen, um Schweine Ich hab's noch gesehen Was ist das da hinten? Verbandskasten Komm her, ich kann ein Heil von euch Ja, soll er gehalten werden? Na, Phil Oh, ich weiß, Gabby gehalten, ne? Okay, dann nichts überhörter Hinter uns, hinter uns, hinter uns Oh, was? Danke Kein Problem Ach, 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 zurück, zurück Okay Ok Und geh Ok Ich hab ne Bombe hingelegt Warte Warte Stimmen Schreien wir hier hoch Donny auch Den Warte Das war noch 8 und der Wurden raus Jo hier ist der Safe-Raum Ah wir haben es Alter fast am Beugen ich hab noch einen fürzehn ja cool absolut würde ich sagen Leute wenn es euch auch gefallen hat dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da und ansonsten bedanke ich mich für das Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Life for Dead 2 Tschüss Tschüss